Die Lage läuft, ist abgedeckt. Wunderbar. Irgendwie jemand hat meinen scheiß Frontlader umgekippt. Was für Hilfe? Ich nehme einfach den Trecker, also den großen Bruder. Ich habe ein bisschen pappierst. Wie geil Oh, Baggerkampf Was passiert in der Nacht, wenn dem Bauern langweilig ist? Baggerkampf Aber kleiner Bagger gegen großer Bagger ist unfair Oh, Moment Und wieder umgekippt Ich habe mich selber aufgestellt Ich bin schneller Aber sicher wendiger als du Ja, das ist klar Du kannst da eine Stelle werden Oh, nee Oh, Hübe Hast du gesehen? Es gibt übrigens ein Gegengewicht, ne? Guck mal, wie schnell ich bin Weee, überrascht! Uuuui Ich war gar nicht in der Luft Ich habe zu wenig Gewicht Moment, wenn ich das nur ein bisschen Vielleicht kann ich gleich ein Wheelie machen Oh, Scheiß Tu mich zu den Kühen rein Dann komme ich nie mehr raus Alter, ich kann Wheelie machen Kann ich ein bisschen Noch ein bisschen? Es reicht nicht Es ist zu leicht Oh, jetzt? Hä? Es geht nicht Bist du wie eine kleine Zecke? Ich habe mich festbegickt Wir biessen an dir Ah, shit, ich hätte ja so etwas noch anders machen können Ah, shit, es gibt ja noch eine andere Mach nochmal Okay, jetzt hoch Das ist geil Warte ab, ich kann noch Nein Oh, nee Es passt durch Aber es geht nicht Kannst du dich oben festhalten? Wenn ich da Oh Es geht nicht mehr Wie ging das vorhin? Baby Bucker gegen großen Bucker Ja, ich habe natürlich irgendwie hoch gemacht Die Schauf Ja, Mann Nicht ausleeren Das ist eine andere Funktion Lernen ist was anderes Lernen ist so Das andere ist Ich kann die Schaufeln Und vorne klappen Ah, okay Gibt drei Funktionen Mal nehmen Alter Ja? Moment Ja, was? Ja, was ich war Ja, was ich war Ja, ja, ja. Oh! Hauw! Oh no! Hauw! Wir haben ein Problem. Das ist geil. Die Bäume stören mich. Ich hau die mal weg. Hast du ein Ding ins? Ne, ich muss doch was kaufen. Ja, aber auch das Ding für die Wurzeln. Gibt's auch. Ich finde den Bagger geil.